Du musst sie ja auch nicht rauchen. Hatte ich auch nicht vor. Ja, aber das Angebot würde ich nicht ausschlagen. Welches Angebot? Ach Gott. Das Angebot des Herrn dort, der wohl sehr gerne eine ungestörte Zeit mit dir verbringen hat. Ich würde ihm nichts abschlagen. Aber du hast den Tabak bekommen. Deswegen bin ich aber nicht hier. Willkommen beim berüchtigten Fahnenvolk. La Boheme. Ich will aber nicht. Was willst du dann hier? Ich stelle dich zum Teufel. Gut. Ich gehe. Aber nicht, weil sie es sagen, sondern weil... Weil was? Weil ich sie mag. Und ich sie das nächste Mal fragen muss, ob sie mit ihrer Dienstleistung hier gemeldet sind.